Bevor es jetzt mit den nächsten zwei Minuten weitergeht, wollen wir uns die Münzen ausgeben. Müssen wir sowieso tun? Gut, dann müssen wir jetzt alle ausverkaufen. Oh, der Clown-Office, haben wir was von gekommen? Wir fahren was von. Das heißt, es muss hier drin sein. Oh, richtig. So. Und unsere Mission wird jetzt sein. Das City lernt zu vervollständigen. Bis auf diesen einen Mond mit dem Seilspringen, wo ich... ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Egal welchen Trick ich anwende, es geht bei mir immer schief. Deswegen werde ich die beiden auch erstmal auslassen, ich weiß nicht, wie ich die vor ihm soll. So, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter. Ciao. No. In дел Massachusetts ist nicht nur.